Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt im Raum, Keiter, Jodl, Krebs und Puckdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Martin, Sie meinen Befehl zu widersetzen. Oh, weit ist das einfach gekommen. Der Militär hat mich verlogen. Jeder hat mich verlogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Nicht als Feiglinge, verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Geschmolz des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär maler Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg geleckt. Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle hohen Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt im deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Werblich!